dp audiobooks präsentiert nola knights hers to tame teil 2 des haven brotherhood spin-offs von renna morgan gelesen von marie sandmann wir wünschen viel freude beim hören kapitel 1 eine weiße fassade klapprige braune fensterläden und eine nussbraune fleckige eingangstür nichts von alledem passte zusammen und die kombination davon ließ die etwa 50 quadratmeter große hütte in der manville street so aussehen als wäre sie aus bauschutt zusammen gewürfelt worden doch seit knapp 24 stunden nannte sie offiziell ihr zuhause kassi könnte nicht glücklicher sein tante frieders müde schritte und ihr schweres keuchen erklangen hinter ihr eine sekunde bevor ihre lieblingsverwandte an kassi vorbei auf die verblasste lackierte treppe mit dem klapprigen eisengeländer zulief mit 56 war tante frieda nach wie vor ein verdammter hingucker mit dunkelbraunem haar in einem wilden pixi schnitt grünen augen voller wissen und unfug darin und kurven die junge mädchen zum weinen bringen konnten aber mehr noch als das besaß sie eine persönlichkeit mit der sie menschen mitreißen und auf einen wilden ritten mitnehmen konnte heute war ihr outfit genauso frech wie ihr auftreten abgeschnittene jeans ein ärmelloses hemd rote sneaker und ein passendes bandana dass sie wie die frauen auf den werbetafeln in den 1950er jahren um den kopf gebunden trug weißt du wenn du mit dem umzug fertig werden willst bevor dein urlaub vorbei ist solltest du aufhören wie eine idiotin in die gegend zu grinsen und die kisten abladen ich grinse gar nicht wie eine idiotin okay vielleicht tat sie es doch aber nachdem sich kassie drei jahre lang beim besten fernsehsender von new orleans den hintern aufgerissen hatte hatte sie allen grund dazu sie nahm die letzte kiste vom rücksitz und kickte mit dem fuß die tür ihres heruntergekommenen hondas zu ich bewundere das alles nur mit tiefer wertschätzung tante frieda gab einen grunz laut von sich und stieß die haustür mit ihrer hüfte auf dennoch lächelte sie wissend während sie das tat du und deine wortklauberei sie blieb mit dem fuß auf der schwelle stehen und deutete mit dem kinn in richtung der reihe von grundstücken mit baufälligen häusern die straße hinunter was immer du auch tust beeil dich lieber je weniger deine nachbarn mitbekommen wie süß du bist desto weniger nervös werde ich sein wenn ich dich heute nacht hier lasse oh gott nicht das schon wieder kassie eilte ihrer tante hinterher und schloss die tür bevor die kostbare kühle luft in den sommertag nach draußen entweichen konnte es war zwar erst der erste juni und hatte kaum 30 grad aber die luftfeuchtigkeit kam der im august gleich was bedeutete dass ihre mini klimaanlage bereits die aufteilung ihres mietshauses gab nicht viel her ein wohnzimmer in dem man sofort nach betreten stand eine briefmarke von einer küche ohne wände die die beiden räume voneinander trennte und ein schlafzimmer im hinteren bereich aber die korallfarbigen wände die weißen zierleisten und die gelb gestrichenen schränke hatten ihr von anfang an gefallen sie wich den ausgepackten klamotten dem geschirr den töpfen und pfannen aus die überall willkürlich verteilt waren und ging zielstrebig auf den tisch im diner stil der 1950er jahre zu auf dem ihre tante bereits ihre kiste abgestellt hatte marini ist keine schlechte gegend schlecht nicht es liegt nur arsch an arsch am french quarter wo du in alle möglichen schwierigkeiten geraten kannst und du weißt was man über die scheiße sagt die bergab läuft das heftige geräusch während kassie das klebeband vom umzugskarton riss füllte den winzigen wohnraum ich habe mich schlau gemacht es gibt hier nur sehr wenig scheiße die einzigen verbrechen die sie im letzten jahr hier in der gegend gemeldet haben waren ein paar raubüberfälle und ein ehrstreit und es ist ja nicht so dass ich nicht schon früher mit zwielichtigen leuten in widerlichen ecken der stadt zu tun gehabt hätte das sagst du so als ob du ein cop wärst anstatt einer reporterin frida zog den rosa plüschhund den sie kassie geschenkt hatte als diese drei jahre alt geworden war aus der kiste und betrachtete ihn früher hatte tante frida in houston gelebt wo kassies eltern und ihr älterer bruder immer noch wohnten sie allerdings war vor jahren den erstickenden und liebevollen grenzen ihrer familie entkommen und im temperamentvollen leben in new orleans gelandet nachdem sie ihre überraschung darüber dass das stofftier nach wie vor existierte scheinbar überwunden hatte schüttelte sie den kopf des plüschhundes in cassies richtung und du nicht so als würdest du diese stories allein machen du hast stets einen kameramann und einen tontechniker bei dir die gott sei dank dafür sorgen dass du nicht in schwierigkeiten gerätst du predigst schon wieder tante frida nein tue ich nicht frida packte immer weiter gegenstände auf den tisch blickte jedoch lange genug unter ihren wimpern hervor um klarzustellen dass sie ihr den unsinn nicht abkaufte ich setze mich nur vehement für dein wohlergehen ein kassie kicherte ein nicht besonders schönes geräusch das irgendwie nach einer mischung aus besoffener hexe und ferkel klang so wie sie ihr glück kannte würde es ihr garantiert irgendwann einmal auch vor der kamera rausrutschen wer macht jetzt hier die wortklauberei touché das lachen das folgte war unbeschwert und das gespräch während sie gemeinsam die kisten auf dem boden auspackten noch leichter sie waren einander so ähnlich duellierten sich mit worten konnten in einer minute über alles mögliche diskutieren und im nächsten moment bei musikern und schauspielern zu fangirls mutieren es war egal dass frida mehr als doppelt so alt war wie kassie solange sie denken konnte war es so ihre tante stapelte ihren leeren zusammengefalteten karton auf die bereits am boden liegenden stemmte die hände in die hüften und seufzte das haus hat einen gewissen bohem scharm aber ich verstehe immer noch nicht warum du nicht einfach weiterhin bei mir wohnen willst du hattest einen eigenen eingang privatsphäre ihr blick wanderte durch den chaotischen raum die klamotten türmten sich auf dem kastanienbraunen plüschsofa das frida bei einer haushaltsauflösung für sie gefunden hatte geschirr stapelte sich auf dem himmelblau und rot gestrichenen wohnzimmertisch den kassie in einem second hand laden ergattert hatte ebenso wie der hügel aus übergroßen goldfarbenen burgunderroten und grünen kissen die hoffentlich als zusätzliche sitzgelegenheiten geeignet waren sollte kassie jemals mehr als drei personen zu besuch bekommen du hättest sicherlich mehr platz um dich auszubreiten dein haus ist großartig aber es ist deins nachdem kassie ihren karton gefaltet hatte öffnete sie einige küchenschränke sie besaß nicht viel geschirr doch angesichts des begrenzten stauraums waren eine gute planung und ordentliches stapeln angesagt ich bin 25 jahre alt ich habe keine eigene familie und die einzige möglichkeit bei meiner art von arbeit vorwärts zu kommen besteht darin den markt zu verändern zu mieten statt zu kaufen macht einfach sinn aber die tatsache dass ich noch nie allein gelebt habe ist ein wenig peinlich mit einem dumpfen geräusch ließ tante frida sich mit einem müden seufzer hinter ihr in den stapel kissen fallen sagst du das oder kommt das eher von deinen eltern es war eine liebevoll gemeinte frage eine die sie mit herz und sorge stellte doch sie traf den nagel auf den kopf kassie starrte in die offen stehenden leeren schränke die außenseiten der türen waren in einem fröhlichen gelb gestrichen worden aber das ursprüngliche dunkel gebeizte holz war innen so verblieben es startet zurück wie das schwarze loch voller enttäuschung dass jedes gespräch zu charakterisieren schien dass sie mit ihrer mom und ihrem dad jemals geführt hatte sie schüttelte die tristesse von sich und machte sich an die arbeit das geschirr vom wohnzimmertisch dorthin zu räumen wo sie es haben wollte du weißt wie mom und dad sind logik diktiert alles wenn das was du beruflich tust nicht ausreicht um dir ein angenehmes vorhersehbares leben zu bescheren dann machst du etwas falsch das haben sie gesagt nicht genau in diesen worten ich denke dad hat etwas wortgewandteres benutzt wie ein fachmann sollte in der lage sein die kosten für eine angemessene wohnung und die grundbedürfnisse des lebens zu decken frida kicherte über die übermäßig tiefe tonlage und die ausgesprochenen worte als kassie ihren vater imitierte du klingst genau wie er nun ich habe genug seiner vorträge gehört um das eine oder andere aufzuschnappen kassie hielt kurz inne und überlegte wo sie diverse kochgeschirrteile unterbringen wollte die noch ein zuhause suchten wie ich in einer familie voller gelehrter landen konnte ist mir nach wie vor schleierhaft wenn es dich nicht gäbe würde ich schwören dass man mich im frida schnaubte bittersüß als sie redete klang ihre stimme wie eine mischung aus schönen erinnerungen und traurigkeit weißt du es war einmal vor langer zeit dass sich deine mutter wie das schwarze schaf der familie gefühlt hat die aussage hielt kassie davon ab einen stapel rührschüsseln in das letzte regal zu räumen sie drehte sich um um zu sehen ob fridas gesicht anzeichen des üblichen foppens zeigte für das sie bekannt war ja Vielen Dank.